Liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mal reinschauen bei Hochstrassers. Es ist mir ein Anliegen, heute über das Immunsystem des Menschen zu sprechen. Denn überall, wo man hinschaut, haben die Menschen Panik, laufen mit ihren Masken rum, fürchten einen klitzekleinen Virus und man ist bemüht, über dieses Virus möglichst viel Panik zu verbreiten. Ganz einfach, man will ihnen klar machen, dass man da impfen müsste. Nun frage ich mich, wie wichtig ist es eigentlich, dass wir uns impfen? Kommt die Idee, sich impfen zu lassen, erst dann, wenn man bereits schon einen Irrweg eingeschlagen hat? Im Moment ist es so, die WHO hat ganz kürzlich erwähnt, dass pro Jahr auf der Erde 40 Millionen Menschen sterben an nicht übertragbaren Krankheiten. Diese Menschen sterben an Zivilisationskrankheiten, wie man das nennt. Ja, was ist denn deren Ursache? Es sind Verhaltensfehler im Leben. Das Immunsystem ist das Natürlichste der Welt. Hätte mein Immunsystem nicht für mich geschaut, ich wäre nie so alt geworden, wie ich jetzt bin. Zudem habe ich gerade kürzlich eine neue Studie, die im 2020 herausgebracht worden ist. Im Natural News habe ich das gelesen, die Peer Review Studie, die besagt, dass ungeimpfte Kinder viel gesünder sind als geimpfte. Wie kommt das? Ja, was ist jetzt los? Ist es die Impfung, die das Immunsystem schwächt? Oder ist es die Impfung, die das Immunsystem stärkt? Also ich für mich persönlich habe dafür mein Vertrauen verloren. Ich bin schon lange, lange nicht mehr geimpft. Und ich bin überall an verschiedenen Orten in der Welt gewesen, also Indien, Sri Lanka und so weiter. Da braucht man schon ein Immunsystem, das funktioniert. Ich war in Südafrika, ich war in afrikanischen Ländern, wo verschiedene Krankheiten grasieren. Mich hat nichts bewegt. Und ich habe nie eine Grippe oder einen Schnupfen gehabt, während der ganzen Zeit, wo ich mit Rohkost gelebt habe. Nun, Rohkost, darauf komme ich noch später zurück. Was brauchen wir für ein gesundes Immunsystem? Was wäre jetzt besser als irgendwelche Impfung? Mal ganz sicher brauchen wir Bewegung an der frischen Luft. Frische Luft, nicht durch eine Maske gesiebt. Wir brauchen frische Luft. Dann brauchen wir Vertrauen. Weil warum? Vertrauen bringt uns nämlich Geborgenheit. Vertrauen ins Leben. Das Leben ist an uns genauso interessiert, wie wir am Leben. Also dieses Vertrauen, das ist eminent wichtig. Dann was brauchen wir? Freude. Wir brauchen Menschen um uns, die uns Freude bringen. Wir brauchen Menschen um uns, denen wir Freude bringen können. Weil Freude bringen macht auch Freude. Das stärkt das Immunsystem. Wir brauchen positive Gedanken. Das heißt, dass wir unsere Gedanken kontrollieren können. Dass wir wissen, was wir denken. Und das ist wichtig. Wir müssen wissen, was wir denken. Wir müssen auch entscheiden, was wir denken wollen. Wenn unsere Gedanken Selbstläufer sind und ständig schlecht denken, negatives denken, ängstlich denken, dann ist unser Immunsystem laufend gefordert. Das bringt niemand weiter. Was wir weiter brauchen, ist eben, wie ich schon erwähnt habe, Liebe und Geborgenheit. Das ist die Schwester zur Freude. Und dafür müssen wir sorgen. Dafür muss jeder selber sorgen. Des Weiteren kommt jetzt natürlich die Ernährung. Und das ist etwas, das wir täglich tun. Täglich zwischen zwei und fünf Mal. Und wenn wir da Fehler machen, das summiert sich. Das schlägt zu Buche. Nun, was können wir denn tun? Ich meine, wenn wir sehen, 40 Millionen Menschen, das ist die Hälfte von ganz Deutschland, das jährlich an diesen Krankheiten stirbt. Warum hören wir jetzt nicht zum Beispiel von unserem Park, von unserem Gesundheitsamt, von unseren Gesundheitsministern, was wir essen sollten, was wir tun sollten. Warum werden dann nicht Industrienahrung und diese isolierten und modifizierten Zuckerraten, diese raffinierten und modifizierten Ölarten, warum werden die nicht verboten? Warum spricht da niemand darüber? Da lässt man uns im Dunkeln stehen. Ganz einfach. Hier geht es ums Geld. Hier geht es um Macht. Und da geht es auch bei Corona. Hier geht es nicht um Ihre Gesundheit. Das können Sie mir glauben. Und wenn Sie ein bisschen darauf achten, wird Ihre Gesundheit mit oder ohne Maulbinde wunderbar florieren. Hier geht es um etwas ganz anderes. Hier geht es um eine Machtübernahme. Da können wir aber selber eine Antwort darauf geben. Und wenn Sie es bis jetzt noch nie gehört haben, dann sage ich es Ihnen. Essen Sie mal einfach Rohkost. Wenn Sie sich kränklich fühlen, dann machen Sie einfach mal eine Fastenzeit von zwei bis drei bis fünf Tage. Und Sie werden sehen, es wird sehr schnell wieder in Ordnung kommen. Essen Sie Rohkost. Warum soll man die Nahrung zuerst töten, bevor man sie in sich hineinnimmt? Leben kommt immer nur vom Leben. Todes kann nur Todes bringen. Und wenn Sie sich mal etwas wirklich virulent fühlen, dann gibt es da zum Beispiel diese Chlordioxidlösung. Diese Chlordioxidlösung, warum spricht man darüber nicht? Das wäre zum Beispiel etwas, machen Sie da zwischen 10 und 20 Tropfen zweimal täglich für eine Woche in ein Glas Wasser und trinken Sie das. Und heute weiß man, dass das gegen Viren wirkt. Gegen Pilze und einen ganzen Haufen anderes. Aber das ist auch wieder nur eine Heilung. Wir müssen schauen, dass wir gar keine Heilung brauchen, weil heilen ist so, wie wenn man anfängt Waffen zu schmieden, wenn der Krieg schon losgegangen ist. Das müssten wir nicht tun. Warum kommen denn diese Grippen, Influenza und all diese sogenannten Viren zum Zug im Winter, wenn es kalt ist? Warum erst dann? Ganz einfach, weil die meisten Menschen schon mit einem ausgepowerten Immunsystem ins Rennen steigen. Natürlich hat der Winter mehr Anspruch an die Gesundheit, wenn es kalt und feucht ist und wenig Sonnenbestrahlung hat. Dann werden höhere Anforderungen gestellt. Das ist ganz klar. Und wenn sie dann schon Vorfee verloren haben und wenn sie dann schon nicht gerüstet sind, dann wird es sie natürlich erwischen. Dann wird der Körper sagen, gut, jetzt fahren wir mal alle Aktivitäten runter und wir erholen uns zuerst wieder. Bis wir genügend Kraft haben, um dann wieder ins Rennen zu steigen. An und für sich ist das nichts Schlimmes. Nur, je länger wir mit unserer Gesundheit Schindluderei getrieben haben, je länger wir uns schlecht ernährt haben, desto älter werden wir. Und je länger wir älter werden, desto anfälliger sind wir auf diese Geschichten. Das ist so viel wie eins und eins zusammengezählt. Also was müssten wir tun in der Ernährung? Ah, wenn wir etwas süßen möchten, dann müssten wir zum Beispiel Zucker zu uns nehmen aus Früchten, die nie erhitzt wurden. In der Zwischenzeit haben wir Apfeldecksaft in Rokos Qualität, in einer wunderbaren Zusammensetzung. Damit kann man süßen, ohne dass man jetzt Konsequenzen hat. Dann, habe ich vorhin gesagt, warum verbietet man dann nicht diese raffinierten, isolierten Öle, die erhitzt sind oder gar die künstlich gesättigten Ölen? Warum nicht? Warum fördert man nicht die Rokos Öle? Das wären die Öle, die man jetzt zum Beispiel subventionieren müsste. Genau jetzt. Und schauen, dass das zugänglich wäre für alle Menschen. Da gibt es zum Beispiel ein Aprikosenkernöl. Ein Aprikosenkernöl hat so viel Vitamin E, dass es sehr, sehr stark antioxidativ wirkt. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Antioxidative Stoffe, aus dem können Sie eine Mayonnaise machen oder Mayonnaise-ähnliche Soße. Das können Sie mit Mandelpüree machen. Da brauchen Sie keine tierischen Produkte. Das können Sie vegan machen. Das haben wir aufgezeichnet. Das können Sie auf unserem YouTube-Channel, Hochstrassers YouTube-Channel, können Sie das sehen oder gehen Sie über www.urshochstraße.ch rein. Und dann werden Sie auf den YouTube-Channel kommen. Und da haben wir das Buch, Rohkost vom Feinsten. Da sind alle Rezepte drin. Da haben Sie die Rezepte und dann haben Sie noch ein Zugangsbuch hier mit allen wichtigen Details drin. Das lohnt sich, das mal durchzuschauen. Gehen Sie in den YouTube, da haben Sie noch die Verfilmung, wie man zum Beispiel solche Linsenkeimlinge mit ganz vielen anderen Linsen macht. Das ist potenzielle Nahrung. Das ernährt Sie. Oder wie man Sprossen zieht im Winter. Wie man Sonnenbrummensprossen zieht. Wie man Weizengras macht. Weizengras. Das enthält das P4D1 und ist in der Lage, das wurde von Dr. Kubota isoliert und es ist in der Lage, ihre DNA zu reparieren. Das sind die Sachen, die wir müssen. Das sind die Antworten von der Natur auf eventuelle Krankheiten. Und schon altersherr wissen wir, eure Nahrungsmittel sollten eure Heilmittel und eure Heilmittel sollten eure Nahrungsmittel sein. Also Heilmittel können gut schmecken, wenn man es so will. Wenn man das als Nahrungsmittel nimmt. Ein sehr guter Immunboost wäre zum Beispiel hier diese Gelbwurz. Das ist eine Gelbwurz. Das ist extrem immunstimulierend, wenn Sie die nicht selber wegen dem gelben Finger selber schälen und zubereiten wollen. Dann gibt es die heute in der Flasche. Die wird von der Firma Sojana hergestellt. Ganz fein püriert. Und das ist ein Immunpust. Ein weiterer Immunpust, das weiß man von den medischen Lehren her, das ist zum Beispiel Sesamöl. Ein Sesamöl, das ist ein immunstärkendes Öl. Haben Sie alles diese Informationen, haben Sie alles da in unserem Buch Speiseöle als Pflanzenöle, als Lebenselixiere. Und wenn ich jetzt da schauen gehe, haben Sie diese Öle wunderbar aufgeschrieben, erklärt mit den Rezepten. Hier haben wir zum Beispiel schon Sesamöl. Und wenn ich jetzt schaue, die Eigenschaften des Sesamöl durch die Phenole. Sesamöl und Sesaminol ist das Öl lange haltbar und wirkt auch im Körper antioxidativ. Man spricht ihm eine verdauensfördernde Wirkung zu und es soll den Herzschlag regulieren. Das Körperöl hat eine antioxidative Wirkung und ist einen guten Schutz gegen Sonnenbrand und so weiter. Das sind die Dinge, die wir haben müssten. Dann haben wir zum Beispiel ein Senföl. Ein Senföl, das braucht man in den vedischen Heilmethoden als immunstärkend, als Tonikum für Haut und Haar, für das Blutbild. Da haben wir zum Beispiel das Öl der Weisen aus dem Orient, da haben wir ein Mandelöl, ein Senföl und wir haben Kreuzkümmelöl da drin. Kreuzkümmel, das wurde im Orient schon lange als das Allerheilmittel gebraucht und eingesetzt. Diese Naturärzte, die kennen das, das können wir uns zu Nutze machen. Auch unsere heimischen Pflanzen, wenn ich jetzt so ein wunderschöner Rohkraut sehe. Dieses Rohkraut, das hat so viele Mineralien, so viele Vitamine und es hat eine solche Durchschlagskraft, eine solche Lebensfähigkeit. Das alleine, das wäre schon ein Heilmittel. Ein Heilmittel von der Natur. Was wir aber nicht tun sollten, ist es durch lange Kochprozesse zerstören. Das ist mal wichtig. Also, möglichst viel Rohkost in die Ernährung einbauen. Nun ist es natürlich so, wenn man auf Reisen ist, braucht man etwas. Zwischendurch kommt der kleine Hunger. Was kann man dann machen? Da kann man zum Beispiel hier, das sind Öl der Kohl getrocknet, eingepackt, in einem Püree, das man aus angekeimten Sonnenblumen gemacht hat. Das haben wir aufgezeichnet, wie man das macht. Ich werde das unten noch im Video verlinken, wo man das findet. Ich werde auch verlinken, wo dieses Buch hier verfilmt ist, damit ihr das ganz schnell findet. Ich werde auch verlinken, wir haben einen Film gemacht, wo die Erklärung über die verschiedensten Öle ist. Und was müssen wir noch weiter tun? Aufpassen, dass unsere Darmflora in Ordnung ist. Und dann kommen immer wieder die Fragen, wo nehme ich das Vitamin B12 her? Wenn ich jetzt hier gar eine Rohkost esse, ganz einfach. Zum Beispiel im Weizengras haben wir B12, Meeralgen haben wir B12, wir haben B12 in Miso. Das Miso darf aber nicht pasteurisiert werden. Die Firma Sojana zum Beispiel, die hat unpasteurisiertes Miso, sie hat auch unpasteurisierte Sojasauce. Und das ist genau das, was wir brauchen. Einerseits baut das mit seinen Enzymen und mit seinen Mikroorganismen, wie den Koji-Fermente und so weiter, durch den Fermentierungsprozess. Baut das unsere Darmflora auf und schmeckt noch genug. Das enthält das Vitamin B12, das wir abbauen können und aufnehmen können über den Intrinsing-Faktor. Das Ganze ist relativ einfach. Machen Sie sich das zunutze. Ebenfalls sollten wir es vermeiden, tierische Produkte zu uns nehmen. Ich fange hier mal an bei der Milch. Eine Milch enthält Mutterleid. Wie können wir Gnade erwarten? Wie können wir erwarten, dass für uns geschaut und gesorgt wird, wenn wir anderen Wesen Leid zufügen? Einfach weil wir eine Milch trinken möchten zum Beispiel oder Milchprodukte, die gar nicht für uns bestimmt sind. Wenn wir jetzt unseren Frauen einfach die Milch wegnehmen würden, dann hätten sie auch Leid. Auch ihre Kinder hätten Leid. Das sollten wir niemandem antun. Da haben wir aber die Lösung. Wir können Milchprodukte herstellen aus pflanzlichen Produkten. Die stehenden Mandeln nichts nach. Wir haben das Mandelbüro und können eine Mandelmilch machen. Auch das haben wir aufgezeichnet. Und wenn wir in diese Mandelmilch noch ein bisschen Leinöl dazugeben oder Leindotteröl, dann haben wir eben auch noch diese Alphalinolensäuren drin, die das Gleiche machen wie zum Beispiel ein Budwig-Müsli. Es bringt alle Stoffe heil an unsere Zellen, damit sich unsere Zellen regenerieren können. Und wenn sie das befolgen und wenn sie das tun und wenn sie sich naturgerecht ernähren, lebendig, gesund und das vorwiegen, dann können sie getrost in der Welt herumspazieren und ihr Immunsystem wird für sie da sein. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, wer für das Leben da ist, wer das Leben respektiert und wer dem Leben behilflich ist, der erhält vom Leben genau dasselbe zurück. Und damit wünsche ich allen eine strahlende und gute Gesundheit, viel Freude, Glück und Wohlergehen. Urs Hochstraßer Ursula, 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 Ursula